So, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Tales of Zillia. Ich bin mitten im Tiefwald verschlaufen und ich versuche einen Weg hier raus zu finden. Äh, denke ich, hoffe ich, in noch dieser Folge. Welches oder so in einem Boss endet, aber darauf bin ich vorbereitet. Was denn, das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Okay. Warte, achso, hier, hier, genau, hier will ich weiter. An den Pilzen vorbei und in dich rein. Oh, das hat drängen, das hat gebürnt. Wie viele Monster man haben kann. Äh, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach ja, richtig. Ich lese im Moment gerade... Okay, das ist eigentlich total off-topic. Aber ich habe gerade eine Erklärung zwischen Monster und Tier gekriegt. Ja, Monster jagen Beute ohne zu fressen. Tiere töten Tiere, also töten andere Lebewesen nur um zu futtern. Interessante Aussage. Nicht sicher, ob hin und wieder ein Mensch-Monster ist. Kram dann auch so. Weil, weil ich meine, töten Menschen auch nur so zum Spaß. Aber gut. Sie, äh, ähm... Oh. We meet again. They don't look ready to turn tail and run this time. Get along, little doggies! Ich habe sicher nicht erwartet ihn. Was machst du hier? Good dogs. Danke für mich über diese Intruder. Ich dachte, Ivor war der einzige, der mit den Arten zu sprechen. Du bist Jiao, oder? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht erwartet. Wir haben deine Namen von Himmel gehört. Ist das nicht wahr? Komm, Kind. Wir zurück in die Stadt. Du hast mich Angst. Ich habe nie gedacht, dass du die Stadt verlassenst, während ich weg war. Nein, 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 nicht lassen sie uns nehmen, Jude! Ich habe keine Ahnung, wie die Villager verletzte Elise, wenn du sie selbst verletzt hast? I am truly sorry about that what exactly is Elise to you Let's just say I know where she used to live Where she grew up So will you take her back to her home Or are you planning to lock her up in her mill again That is my business and mine alone. You will hand the girl over Mmh, selbst ich sage so, nö Then you leave me no choice Du mir auch nicht The bigger they are, right? Ajo Der hat auf alle Fälle was drauf Du kriegst alle rein noch? Nein, ich krieg nicht Mist, ich war gerade im Heilen Nein Ich will das da Nicht Erde, ich will Mach das, was ich will Mach Das will ich Gut Wie schnell das Warming hochgeht Boah, krass Boah, komm, komm, take this, take this Wieder, alter Wie krass, ey Nein, 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 nein Mach Mein Au Oh, komm, komm Shit Oh, gerade als ich drücken wollte, ne Das ist uncool Ich weiß nicht, wie viel Leben hat Der Das ist Und jetzt? Nein, noch nicht mehr. Nein, noch nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Wieso? Nicht mehr. Die Mädchen mag nicht mehr als Pesky. Das stimmt. okay jetzt sind wir angekommen spiel wo es knackig wird ich habe schon zwischenzeitlich echt gedacht dass ich echt ins gesicht kriege einfach nur aber richtig warum musst du mit diesen Leuten bleiben? sie werden dir nichts zu tun, ich bin sicher ich will sie bleiben mit ihnen, weil sie mich ihre Freundin und Freunde, die Freunde nicht alleine bleiben! Elise Mila, Alvin Wenn es mir geht, dann würde ich sie nicht zurückbringen. Ich mache das nicht mit der Wahl. Das einfach weg! Was? Bleib deine Mund! Du willst nicht alleine sein, oder? Dann vielleicht alle diese Leute sind wirklich gut für dich. Ich denke mir auch gerade. Was? 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 Was?